Der Schweizerische Tonverband präsentiert an der zweiten STV-Gala eine Ton- und Musikshow der Superlative. Mitwirkende sind unter vielen anderen Ariella Kessling, Micky Börschenstein, das Nationalkader Rhythmische Gymnastik oder alle amtierenden Schweizer Meister in Vereinsturnen wie zum Beispiel STV Lenzburg, Luzern, Mels, Wettingen, Locarno, Oberrütti oder Iverdon. Das Spitzentonen wird live begleitet von der Swiss Army Concertband unter der Leitung von Christoph Walter. Das Orchester wird verstärkt durch Sängerinnen und Sänger wie Daniela Simons. Verpassen Sie nicht das Rendezvous der besten Turnerinnen und Turner am 30. Mai um 14. und 19. Uhr im Hallenstadion Zürich. Sichern Sie sich Ihre Tickets beim Ticket Corner. Schönen Sie sich Ihre Tickets beim Ticket Corner.